Nö, erstmal nicht. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Folge MovieBetals 2. Heute ein 3 gegen 3 Match. Ähm, open und mit dem Unterschied, dass man jetzt nicht unbedingt Jedi spielen muss. Mache einfach ein ganz males 3 gegen 3er Match auf meinem privaten Server, den ich jetzt besitze. Und, äh, ja. Ja, ganz cool eigentlich jetzt, ne? Mit dabei der Phönix, der Siemens HD, der Larka, der Kriegsesel und der Darf Rehwan. Das ist voll cool, Alter, 3 gegen 3. Echt? Ich feiere das halt einfach gerade übel, ne? Ja, kannst du froh sein. Und es kann keiner dazuschirmen, weil es unser eigener Server ist. Wenn sie mir mal fett am Arsch lecken, alle. Haben wir keine Nerven mehr. Keine Pisskinder. Das hat die Leute schon besiegt. Nein! Ui, das war aber schlecht. Das war richtig schlecht. Ich hab so gedacht, oh nein, ich würde eigentlich nur gehen. Und da ist er plötzlich zu den Handen gesprungen. Oh! LOL! LOL! Das war geil! Das war nochmal Aktionen. Geil. Das war genial. Ein Schussbruch! Warum ist denn so der Defetteste der R-Brain-Blood? Weil die cool sind. Das wird lustig. Walken. Ja, wo seid ihr denn langgegangen? Einfach den Weg lang. Ah, ich höre schon. Alter, jetzt kommen sie aber alle. So, jetzt muss ich nochmal den Fehler machen. Ach, wir haben den Fehler. Oh, Junge. Alter, jetzt haben sie hier aber auch noch den Strom abgestellt. Nein! Oh, oh! Komm! Emil, du schaffst das. Ich wollte gerade den Faschen runter. Ja, Fetty, komm. Fette Pilot ballert. Porkind. Komm her. Nicht schwert. Alter, ich freue mich schon auf das Thumbnail, was wir da machen. Aber alle nebeneinander stehen alle fünf Leute. Und dann der Porkind. Drei gegen drei, Mensch. Aber drei gegen drei hatten wirklich noch nie. Sie sind wirklich alle so zahlreiche da waren. Das feiere ich halt einfach nur. Ich gehe schon mal vor. Nö. Okay. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht treffen, Naga. Gut so. Wo liegt das? Woasonable lugar empathy- In Deutschland liegt es aber. In Düsseldorf. missl. Oh Gott. Maap dessel Dorf. um um schon wieder ein Scheiß-Fail ich glaube Parking's braucht Hilfe ich brauche Hilfe ich habe es braucht Hilfe die Lacker-Brauch-Hilfe Morgens obi 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 ich schaff's da und jawoll oh Mensch geh weg oh jung alter komm du schaffst das oh no komm mit nur einem Lichtschwert ja so cool oh no oh no I have the high ground es macht schon Spaß also das müssen wir öfter mal wiederholen es geht uns keiner auf die Piste 3 gegen 3 vielleicht findet man ja auch nochmal zwei Leute die mitmachen wollen dann nennen wir aber 4 gegen 4 oder so dann wird's noch verlieren da perfekt es hat einfach kein einziger random dabei kommt doch wieso denn hier ihr müsst hier durch nicht wir no oh nicht schon wieder so in der Mitte nein nein oh du oh da traut mir nicht da runter nee du untertraust dich nicht ah warte noch ein Stück jawoll ich weiß ja ich weiß warum bist du schon etwas verbrannt Simi na oh lol alter wie viel ich habe mir kommt Platz das nicht stimmt nein nein jawohl komm bleib stehen hier nein stehen bleiben nein nein ja oh da hat es mich eingeschwert ey wirbel wirbel das war wirklich gemein ich konnte da nicht mehr raus ey wer liegt grad vorn wer liegt grad vorn wer liegt grad vorn nein wie es jetzt steht spielen wir schon von Anfang an weiß ich jetzt nicht 4 gegen 2 äh ich glaube weiß ich jetzt gar nicht nein nein wir haben schon zweimal gewonnen und die noch nicht und die die blaue noch nicht also steht hier 2 0 wir sind verwirrend es steht 2 0 was auch mal so geil wäre wenn jetzt hier alle lichtschwert hätten und dann oh gott fettes fettes gemetzel ja dann müsste siemens bot da noch reinkommen echt ja der hal achso ja kann er machen aber er hat leider kein mikrofon aber damit er hört was wir zu reden eben ich bin hier lang 0 ey oh man ey er hat mich gequatscht er hat mich gequatscht er hat mich gequatscht schon mal einer weniger sie muss auf jeden fall in die ego perspektive gehen weil sonst hast du so wenig platz hier drin ja ich gucke immer was ich ich versuche mal eine andere klasse aus ok konnte machen wo seht ihr denn alle wo ihr seid wo ihr nicht seid na sie mir das willst du doch nicht tun nein ja oh nein ey ich habe nicht damit gerechnet dass du da runter springst einfach hinterher egal ob es eine falle ist ist sie oh ne geht das geht das geht das oh Alter direkt auf diesem stab gelandet von dieser Brücke da Wow Impressive Incredible Oh lol Ich weiß einfach wo lach kam jetzt Ah nein Kommt gleich direkt der nächste Wer kommen die denn auf einmal Die ganzen Ziften Also wir suchen uns aber auch Immer die ungünstigsten Stellen aus zum Kämpfen Echt Man verläuft sich ja schon übel Äh Ich will mich runterstoßen Jaaaa Hahaha No Nein Ein Wookie und ein Klon Ne Doch Ne Doch Nein Wookie Und ein Klon Was du denn Wookie oder wird Nein Ich war unser Klon Ja Ich denke ich habe mehr Leben als du Jaaaa Und mit Lichtschwert Freue ich da auch nicht so gerade mal eben rotteln Du kannst ja auch zugucken Ja tu ich doch Aber nicht bei den Wookie Beim Wir haben die Bombe gepliziert Beim Klon Beim Turm ja Ha Beim Turm ja Guckst du dem Klon zu Lol ich hatte die Die Map ausgeblendet gehabt Wenn nicht Keine Ahnung wo ich hin muss Ich denke Ich bin ein Klon besser als Adjedi Ja glaube ich auch Ja Alles immer so eine Vor- und Nachteile ne Ich finde generell in dem spiel als Jedi als HIV zu spielen ist halt schon echt schwer Weil du bist halt dauerhaft in der Beschuss so ne Ja Ja Er hat also seine Vor- und Nachteile Simi? Weiß ich nicht wo lang Hier diesmal lang Kommst du rauf? Du könntest mal hier lang gehen Ich geh hier runter Ich geh runter Okay Also Wenn ich einmal sterbe Dann wisst ihr dass hier Gegner sind Wer ist das denn alter? Äh Siemens Bot Dead Eye Siemens Bot Siemens Bot Oh Mann ey Unten ist man unser Beschuss Da Na Na Sie muss doch hier Hörst Nicht flüchten Ah nein, der Vuky Nein Wie kann er denn da angerannt wird? Hat er dich geärend? Verdammt Verdammt Geht Wer kann der Vuky aus dem Nichts er hat mich gehabt er hat mich zu früh eine leiche ist dort verbrannt naja der phoenix wieder als klo mit zwei leben hier die bombe wird platziert also würd ich mal sagen was müssen die gegner also die also wir die bösen einfach nur daran hindern ja genau so voll komisch dass jedes bomben platzieren müssen sonne leike terroristen dabei ist andersrum er bringt davon gegenseitig um wo man gleich alle dass er alle mal jedi und ziv spielen machen ja es ist egal welcher sie von der vorlieg wurscht wurscht und ich will ziv bleiben hier kannst du doch kronen der hoher fehler ich bin wuki jedi wenn ein klon jedi es gibt kein wuki jedi wuki ok doch skype stackeler ist ein buch ein klonkrieg ein und jedi es gibt es mit kristin jungen wie und bündel und bündel und bündel phoenix sie für eine ja wer ist da haupt ok eine lehrer an treten ich bin nur ein durchgänger hier ich will gar nichts dann bitte nicht angreifen wenn du nur ein durchgänger bist also danke ey ey was glaubst du wohl ein stiff der sagt doch nicht an ich bin ein durchgänger naja hab damit gerechnet alter ich wenn ein mit einer Scheißsache kommt dich nicht nicht bewegen weil du da festgebackt bist ne auch wenn ich denn so zu sagen ich bin ich da ich werde immer wieder anbelassen na würde ich auch mal tun wäre sinnvoll ich glaube hier irgendwie immer nur im Kreis na ich will sie bringen mich doch nicht um lol lol als ob als ob als ob als ob haupt haupt 3 3 leck mir die klöten äh haupt sag ich dass wir dir nicht helfen kann haupt aha und ein die bombe ach ne weg in scherz 3 2 1 schaffen sie es noch schaffen es noch ja in der letzten sekunde ja klar in der letzten sekunde alter aber wie das aussah ein bild für die ewigkeit eh ich da alleine da kommen 30 fangen ran geist die klasse wo du dann schnell oder ne das sieht schon besser aus ne durf ich nicht mal sagen ne 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 hoff Mutter den na hoff dankeschön das ist ja wirklich die Reizen zu ne ne ja cool na sie mir ist das doch mal geschafft hallo ach so um den Sieg gekriegt na Jomapa Jomapa Das sagt er die ganze Zeit was sagt Kian Imo die sagt die ganze Zeit Jomapa ehrlich, das sagt er die ganze Zeit Bescheuert Wahrscheinlich haben sie es aus dem Film da so reingepackt wo er zu Anakin sagt Jomapa 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 auf deutsch und auf deutsch übersetzt deine mutter wo bist du sieben da wo du mich da wo du nicht man kann auch mal ja genied werden wir ja schon gibt es genüge gemacht das ist einmal eine coole abwechslung nur beliebt worten noch so klingt gar nur diese ist ich auch nicht leider ist auch wieder der einzige oder ja der arme die wir machen nein wenn ich einen jungen gebrauchten abhängen wir haben aber und der dreckige reben lacht nur fahrer ehrie won der wiesel lachen ist gesund m wir haben aber deswegen muss man mit dem rocket launch aufpassen ja ich dachte ich würde auch gibt es eben zu können dachtig hier haben aber den spot warte kurz bevor da und wir Ah! Oh, lol! Jees! Hansi, das war ein Weg! Ah! Ah! Quatsch! Ganz knapp! Ganz knapp! Äh, kam er! Dummdi-dumdi-dum! Stirb! Ja, ist klar! Geil! No! Likewise! Wo-ho-ho-ho! Scheiben wir' was von Macht gesagt es ist alles erlaubt danke schön dass man mir das jetzt erst sagt also einer lebt noch der kriegs esel wo ist er denn ich habe das hier wird gehört ja guckt vielleicht mal wie kann ein Esel Krieg haben nun wollte ich auch es gibt auch ein Brücken gibt auch ein Brückenesel vielleicht ist die Brücke daktiviert ich bin ein bisschen befreundet ich hätte dich fast noch ja aber dein Abzug der war noch zu spät nun ins Bad in diesem Augenblick da stehen die Runde war gut für mich das ist nämlich schon das zweite Mal getötet das ich kenne ihn nicht er liebte derzeit an können Nieler Danken Donut Nein! Nicht wahr! Stammt! Drei Jedi hier! Na gut, zwei Jedi, die uns... Oh, lol! Was finde ich denn doof, ey! Ich wollte den Machtschub machen und dann bin ich ungeschützt gewesen. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Wie knapp war er da? Oh nein! Ja, Mava! Ich bin runtergeflogen. Ich habe mich selbst zu Tode geschmissen. Perfekt lagerkeckelt. Ich bin mit dem Raketenschmeißer, oder? Raketenwerfer. Ich bin mit dem Raketen. Ja, well, wie vor mir? Ja, ich bin mit dem Raketen. Ja, ich bin mit dem Raketen. Hier ist mein. ich würde sagen keine ahnung machen jetzt noch eine ehrenrunde ihre eine letzte eine letzte ehrenrunde ich glaube rot hat gewonnen hier mit seinen charakteren oder ja gut jetzt ist ja schon oder danach alle lichtschwetter okay ich würde schon mal für die nächste also machen jetzt eine ehrenrunde danach eine lichtschwetterunde okay dann gehe ich schon mal für die ehrenrunde schon mal den charakter ausmachen ich mache schon mal für die ehrenrunde schon mal machen wir dann wieder mit macht oder ohne wo ich mitmachen gut ich hab schon am anfang schon macht Kürtel genutzt sein wenn ich da das da wo ich bin rischisch a ein mannungen kürtel kürtel oder Oh, yo, jetzt geht's los. Mein Internet spielt. Oh, lol. Wir sind beide gleichzeitig gestorben. Ja, mein Internet. Ja, aber nur in dem Kampf, ne? Ja. Voll die Verarsche, aber mal richtig. Ja. Dann als Kommando. Dann guck ich mal, dass ich das irgendwie mit dem RTW wieder ankriege. I'm accent. also, wir machen jetzt gar nicht so die Charaktere, die wir sind nö boah, direkt oben drauf den hab ich noch mitgenommen halt hab ich nen Rehwann, scheiße oh, also wenn das jetzt mit der Verbindung weitergeht ey, dann will ich gar nichts mehr hin wen hab ich mitgenommen? ha wen hab ich mitgenommen? also mich nicht diesmal wen hab ich von den Ziv mitgenommen? gerade guck auf ich hab mich überkugeln und gegenseitig gerade na, ich hab lakker gekillt oh, ey, ist hier mit alleine naa, ne tschüss, tschüss 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 tschüss, tschüss tschüss, tschüss, tschüss ja ne ne also mit der verbindung sorry das funktioniert nicht wird die ganze gepostet also keine ahnung noch eine runde weil das lief grad gar nicht ein versuchen noch vielleicht spielt man nicht jetzt mal diesmal mit kann was gerade los ist weil das war ein bisschen lasst die runde nehme ich so nicht an wir müssen wir machen okay jetzt geht es gerade das können die letzte runde werden ich nehme es dann mein klo ok ich will den zu mal auf wieso habe ich nicht meine schwerter mal häufig zu teleportieren hier hallo was ist das denn für eine scheiße hier noch mal gut ja noch mal eine runde nee ist okay schade eigentlich aber gut schade schade marmelade jetzt gerade nicht will dann willst nicht plötzlich mal zu treffen wir uns war trotzdem ganz cool ja direkt in der mitte wo bei uns gerade getroffen leute bedanke ich mich fürs zusehen das ende liebbar lief jetzt mal nicht so gut vom internet her von dem internet her dem internet her von dem internet her eingeladen und vielleicht finden wir noch ein paar leute ich habe nicht meine ich habe nicht meine kaketenwerfer bis dann